Oh, welche sind die größten? Die Schweizer. Der hat sogar fünf Sitz hinten rein, oder? Ich bin froh, dass ich doch noch mein Glösch habe. Wir brauchen wahrscheinlich ein paar Stück wieder. Wir brauchen die Karte. Wir brauchen die Karte. Die sind jetzt nicht mehr so cool. Die Treiben, die erste Karte, das kommt. Wie geht es nicht? Die Karte. Die Karte. Wieso rennst du mir die Presse? Nein, aber ich denke, wenn du rennst, dann bin ich nicht mehr hinterhergeführt. Dann bin ich wieder. Ja. Ich glaube, ich habe nur ein Dings verloren. Das kann das sein. Wo? Die da raus? Na ja, wir gehen ja selber raus. Wie sagst du nicht, hallo? Wie sagst du nicht, hallo?